Ich komme gerade, ich bin gerade aus Israel geflogen. Mein Flugzeug war ein bisschen spät. Und deshalb bin ich noch hier am Flughafen. So, kannst du mir sagen, wie du heißt und wo du herkommst? Ich heiße Zahirle und ich komme aus Israel. Okay. Wo genau aus Israel? Was? Wo kommst du, aus welcher Stadt kommst du in Israel? Kerabayavne. Okay. Kannst du das in einem ganzen Satz sagen? In einem ganzen Satz, in the entire sentence. Kannst du das in einem ganzen Satz sagen? Yeah, I'm not sure. I'm not sure I remember. Ich komme aus Münster. Und du? Komme? You use the same, like, come? Ich komme aus der Stadt Münster in Deutschland. Okay. Ich komme aus Kerabayavne. Sorry, she's not asleep. Alles gut, alles gut. Perfekt. Super. Heute machen wir ein bisschen mehr mit Sprechen und mit Hören. Das nächste Mal machen wir ein bisschen mehr mit Schreiben und mit Hören. Ist das okay? Ja. Okay. Super. Prima. So. Kannst du mir... Ich möchte von dir wissen, damit wir in der nächsten Stunde besser anfangen können. Was habt ihr schon gelernt? Habt ihr die Zahlen gelernt? Zahlen? Numbers? Ja. Ja. Ihr habt die Zahlen gelernt. Okay. Habt ihr Fragen gelernt? Habt ihr Fragen gelernt? Mmh, yeah. Sort of. Okay. Gut. I hope I remember. Hi, you hear me. Okay. Can you repeat that? I didn't hear you so well. Okay. Kannst du das bitte wiederholen? Can you repeat that? Kannst du das bitte wiederholen? Kannst du das bitte wiederholen? Wiederholen. Noch einmal, once again, im ganzen Satz in one sentence. Kannst du das bitte wiederholen? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe das nicht verstanden. I didn't understand that. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Super. Great. Noch einmal, im ganzen Satz. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Gut. Sehr gut. Okay. Also. Ich war heute im Supermarkt. Ich. What was that letter? Ich war heute im Supermarkt. War heute? What does that mean? Im Supermarkt? Ich war heute im Supermarkt. Ich war heute im Supermarkt. What was the second word? Heute means today, but. Ja. War heute? Ich war heute. War? Like was? Okay. I didn't know that. Im Supermarkt. Okay. Im Supermarkt. Ich war heute im Supermarkt. Und du? Und du? Ich war auch im Supermarkt. Ich war auch im Supermarkt. Okay. Super. Wo warst du heute? Where have you been today? Wo warst du heute? Wo warst du heute? Okay. Noch einmal im ganzen Satz. Wo warst du heute? Wo warst du heute? Sehr gut. Kannst du mir eine Antwort geben? Können wir die Antwort geben? Ich war heute im Supermarkt. Okay. Was du noch wo ande? Have you been somewhere else? Was du noch wo ande? Was du noch wo ande? Was du noch? Was du noch? Okay. Wo ande? Wo ande? Wait a second. Can we take a... Sorry. I have a distract, I asked. I have a distract. Was du noch wo ande? Have you been somewhere else? Okay. Ähm... Ich war... Heute... Sehr gut. In... Universität? In der Universität. In der Universität? Okay. Sehr gut. Um wie viel Uhr... What time? Um wie viel Uhr... Warst du heute... Warst du heute in der Universität? Hast du... What time have you been in the Universität today? Um wie viel Uhr... Wie bitte? Can you repeat that? Like the sentence? Kannst du das bitte wiederholen? Mhm. Kannst du das bitte wiederholen? Sehr gut. Um wie viel Uhr... What time? Warst du heute in der Universität? Um 10 Uhr... Ähm... 10 Uhr? Um 10 Uhr. Sehr gut. Und um wie viel Uhr... bist du nach Hause gekommen? Bei uhr. Kannst du das im ganzen Satz sagen? Ich bin. Ich bin. Sehr gut. Ich bin. Ich bin. Okay. 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 Ja, sehr gut. Ich bin heute, ja. Zu Hause. Nach Hause. Nach Hause. Ist du heute nach Hause gekommen? Das ist ein bisschen zu Hause. Ich habe es verstehen, aber in der Regel zu sprechen. Ich spreche mir das. Es ist ein bisschen zu Hause. Sorry, ich habe nicht gehört. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Vielleicht habe ich dir ein bisschen in Hebrew. Ich verstehe dich, aber es ist zu schnell für mich zu machen. Das ist wirklich. Ich verstehe das. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich sage, ich spreche und du sprichst nach. Okay? Okay. Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen. Kannst du das wiederholen? Ich bin... I don't remember. Heute? Ich bin heute... Ich bin heute... ...nach Hause. Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen. Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen. Sehr gut. Wann bist du heute nach Hause gekommen? Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen. Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen. Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen. Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen. Wann bist du nach Hause gekommen? Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wann auch immer. Wann auch immer. Wann auch immer. Nach der Universität. Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause gekommen? Wann kommst du morgen nach Hause? Wann kommst du morgen nach Hause? Ich bin heute um 7 Uhr nach Hause? Ich bin heute um 8 Uhr nach Hause. Wann kommst du morgen nach Hause? Okay. Ich komme morgen um 3 Uhr nach Hause. Wann kommst du morgen nach Hause? Jam authors. concerning. Oh. Spiel hier. Was ich hier richtig��고? Ja, natürlich. Du kannst dich jetzt setzen. Du kannst sie in der Hand. So, ich liges euch zu bringen. Du kannst mich zusammen vested. Ja, bitte. Ich roure. Bist du sonst. Undant ist sie heute von Okay, so that wouldn't be easier. Okay. Okay. Ich sage Ihnen nochmal, du kannst zuhören und dann kannst du sprechen, okay? Okay. Gut. Ich komme morgen um drei Uhr nach Hause. Kannst du einmal nachsprechen? Can I say that? Ja, ich komme morgen um drei Uhr nach Hause. Sehr gut. Wann kommst du morgen nach Hause? Ich komme um zwei Uhr nach Hause. Ich komme morgen? Ich komme morgen um zwei Uhr nach Hause. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weißt du, welchen Tag wir morgen haben? Do you know which day is tomorrow? Tomorrow would be Mittwoch? Nein, Mittwoch. Okay. Dienstag? Genau. Sehr, sehr gut. Ich wusste nicht, ob ihr die Tage hattet. Ich war mir nicht sicher, ob ihr die Tage hattet. Montag, Dienstag, Mittwoch. Aber ihr habt die Tage gelernt, richtig? Ja. Ja gut. Okay. Prima. Ich werde ein kleines Gespräch mit dir machen und wir gehen hin und her und danach kannst du auch etwas aufschreiben. Okay? Mhm. Ich bin heute in die Arbeit gegangen. Kannst du mir nachsprechen? Ich bin heute in die Arbeit gegangen. In die Arbeit gegangen. What's the last word? Gegangen. What does that mean? To go. Ah, okay. I did that. Okay. Ich bin heute in die Arbeit gegangen. Wohin bist du gegangen? Wohin bist du gegangen? Okay. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause, okay. Sehr gut. Und morgen? Morgen. Morgen rufst du zur Gemeinde. Gehe ich zu Gemeinde? Sehr gut. Morgen gehe ich zu Gemeinde, okay. Gemeinde ist Community Center. Ja. Sehr gut. Okay. Jetzt machen wir unseren Dialog. Okay? I'll try. Sehr gut. Ich bin heute zum Supermarkt gegangen. Und du? Ich bin heute zum Universität gegangen. What was? Gegangen. Like a... Gegangen, okay. Sehr gut. Und morgen, wo gehst du morgen hin? Morgen, ich... Morgen gehe ich... Ich war... Ich war... Morgen gehe ich... Morgen... Ah. Morgen gehe ich... Ich... Ähm... Zur Arbeit. Sehr, sehr gut. Morgen... Morgen gehe ich zur Arbeit. Sehr gut. Okay. Habt ihr... Heute ist ein bisschen viel. It's a lot. Weil ich möchte sehen, was ihr schon gelernt habt. Verstehst du mich? What have we learned? Ja. Okay. Und ich versuche, sehr viel Deutsch zu sprechen und nur ein bisschen Englisch. Okay? Okay. Gut. Sehr gut. Kannst du mir ein bisschen von dir erzählen? Kannst du mir ein bisschen von Ayalet erzählen? I can't get it. Kannst du mir ein bisschen über dich erzählen? Wie heißt du? Wie alt bist du? Habst du Kinder? Was lernst du? Ich erzähle dir ein bisschen über mich und dann möchte ich ein bisschen über dich wissen. Okay? Okay. Gut. Mein Name ist Mia. Ich bin 33 Jahre alt. Und ich wohne in Holland. Ich habe gelernt, aber jetzt bin ich fertig mit der Universität. Und du? Ich heiße Ayalet. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder. Und ich bin ein Mathematikler. Sehr gut. Lernst du noch? Oder bist du fertig? Na, fertig. Du bist fertig. Sehr gut. Okay. Habt ihr Orte gelernt? Habt ihr gelernt im Café, im Supermarkt, in der Schule? Habt ihr das gelernt? Nee. Where do I learn? Nein, nein. Habt ihr im Unterricht, im Webinar habt ihr da gelernt? Ich bin im Supermarkt, in der Gemeinde, auf der Arbeit, habt ihr diese Sachen gehabt? Have you learned these words? I'm not sure what you're saying? Ja, ja, ja. Genau. Okay. Okay. Habt ihr die geworfen gelernt? im supermarkt auf der arbeit ok ok ja ich möchte drei von dir wissen mit einer Uhrzeit weißt du was deine Uhrzeit ist? Uhrzeit? Zeit? ja, ok genau und mit einem Ort mit einem Ort Ort, ok ich möchte drei Sätze wissen mit einer Uhrzeit und einem Ort ich gebe dir ein Beispiel und dann kannst du mir etwas sagen, ok? gut ich bin um 6 Uhr im Flughafen ich bin um 3 Uhr im Bett ich bin um 4 Uhr im im Kindergarten und jetzt du ich bin ok ich bin um 4 Uhr in der Schule in der Schule in der Schule ok ich bin um 5 Uhr in der Kindergarten ich bin um 8 Uhr 8 Uhr zu Hause sehr, sehr gut ok ich gebe dir jetzt ein paar Wörter Wörter und du hast Papier und du hast einen Stift richtig? ich gebe dir jetzt ein paar Wörter und ich möchte dass du den Artikel davor findest ein bisschen nach Gefühl ein bisschen nach mal schauen und dann gucken wir zusammen ob es stimmt ja? ich gebe dir alles gut langsam langsam okay ich gebe dir ein paar Wörter und du sagst mir du schreibst auf welcher Artikel davor ist I will give you a couple of words and then you will tell me what is in front of it ist davor der ist davor die oder ist davor das ok ok kein Problem es ist ein bisschen nach Gefühl und das muss man einfach lernen ok you have to guess feel a little bit what could be right and then in the end it's something you just need to learn ok you need to know that's all you can do ich gebe dir zehn Wörter ok ok sehr gut dann fangen wir an das erste Wort ist Arbeit schreib es auf und dann schauen wir danach erst alles aufschreiben first of all you write everything down and then you can take your time and put the article in front of it is that ok? ok ok erstes Wort Arbeit ok Okay. A, R, B, E, I, G. Can you repeat the last three? Ja. Or follow them again? Ja, ich sage es noch einmal langsam. A, R, B, G. E, I, T. Two of them sounds like exactly the same. I can't tell the difference. It klingt, it sounds so. A, R, B, E, I, T. Okay. Okay, A, E, okay. Sehr gut. Das ist eine zweite Sorte. Bet. Bet. Mhm. Ich spreche, ich kann es schreiben. B, E, T, B. B, B, E, P, okay? Okay. Sehr gut. So. B. 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 G. B. K. Is that sample okay? Ja, das ist gut. Vielleicht bin ich nicht mit der Art, wie du sagst, die Letters oder so, aber einige sind wirklich das gleiche, so ich denke, ich habe es geschafft. Sehr gut. Wie viele haben wir jetzt schon? Eins, zwei, drei, drei. Wir haben hier drei Wörter? Ja. Drei Wörter. So, das nächste Wort Schule. Schule. S, C, H, U, L und E. Okay. Schule. Sehr gut. Das nächste Wort ist Seelung. T, E, L, E, F, O und N. Telefon. Okay. So. Und wir nehmen noch zwei, weil vielleicht wird es sonst zu viel. Ja? Noch zwei Nieder. Wir nehmen noch Supermarkt. 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 M, A, R, H, E. Okay. You can say it a bit faster. It's fine. Yeah? Okay. Yeah. So. Und das letzte Wort. The last word. Das letzte Wort ist Tür. Tür. T, U, Umlaut. Ja? Ja. Sehr gut. Okay. Gut. Ich gebe dir fünf, sechs Minuten Zeit, damit du die Artikel davor schreiben kannst. Ja? Ja. Just was before that? Genau. Okay. You will get five minutes time now and then you can take a look what kind of article you would like to put in front of the word. Just by guessing or how it sounds? Ja. Probier die Wörter zu sagen. Probier zu schauen, was gut klingt, was gut anfühlt. Check how the words sound. You can say them out loud. And do it as an intuition because you need to learn it anyway afterwards. But in the first instance do it by intuition. Dann gucken wir zusammen. Ja? Okay. Okay. Fünf Minuten. Die Uhr läuft. Time is ticking. Go. Okay. And then, die Uhr läuft unten. Okay. completaiben, die Uhr läuft. Okay. Which time ist es sy依isch. Aber verion auf interrupt zu happen. Du called es OCF-chie. Tmm das Empress einmal an. Vielen Dank. Okay, I have a guess. Bist du fertig? Are you finished? Yeah, I guess. Okay, sehr gut. Dann, ich möchte auch hören, wie du die Wörter ausbrichst. I also want to hear you pronounce the word. Mit dem Artikel. Okay, what I guessed. Nummer eins. Okay, die Arbeit. Sehr gut. Top, perfect. Nummer zwei. Das Bett. Sehr gut. Okay. Nummer drei. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Ja. Okay. Die Schule. Ja. Okay. Der Telefon. Das Telefon. Das Telefon. Das Telefon. Okay. Das Telefon. Okay. Die Supermarkt. Es ist der Supermarkt. Es ist der Supermarkt. Der Supermarkt. Der Supermarkt. Der Supermarkt ist einfach. Go figure. Die Schule. Ja. Sehr gut. Okay. So that was the last word. Sehr, sehr gut. Perfekt. Okay. Kannst du alle Wörter nochmal mit dem Artikel sagen, damit sie ein bisschen im Kopf bleiben? Langsam bitte. Langsam bitte. Okay. Say it again. Slowly. Langsam. Okay. Yeah. Meaning? The word. What do you mean? The word. No, no. What was the word you just said? Ah. Langsam. Yeah. What's that? Hawaii flagrischer St infrastructure. I would like to tell you too, but not really fast. Okay. Slowly. Okay. 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 The work. The bed. The book. The school. The school. The school. Stop, stop, stop. The school. The school. einmal bitte die schule 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 ich möchte dass der Mund sich nicht hin geht die schule 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 es ist kein umlaut es ist kein umlaut okay kräftigen die manche bedieft die kräftigen und klinik schule schule die schule schule ich möchte dass deine Lippe noch mehr zusammenkommen ein paar Worte die Kälte als die Lippe Ja, besser. Okay. Schule. Ja. Okay. I barely tell the difference. But I'll try. Okay. Okay. Die Schule. Das Telefon. Ja. Der Supermarkt. Ja. Die Tür. Die Tür. 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 Da ist der Mund ganz spitz. You're pointing them out. Tür. 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 Sehr gut. Okay. 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 Perfect. Okay. I'm just going to die to Jim. You're in the airport? Yeah. Oh. Oh. Because my airplane is from Israel came too late. Oh. That's why I'm stuck here. Fine. But I wanted to learn with you. I'm just going to die to the airport. Okay. So. I'm just going to die to the airport. I can go back. Okay. Perfect. Gut. Es ist ein. Wir können ein Gespräch machen. Ich spreche und stelle dir Fragen und wir sitzen in einem Kaffee. Ist das okay? Kannst du das wiederholen? Du und ich sind jetzt in einem Kaffee. Wir müssen das vorstellen. Ja, genau. Okay. Sehr gut. Perfekt. So, ich komme rein. Hallo, Agelette. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wie geht es dir? Gut. Und wir? Mir geht es auch gut. Ich war jetzt im Kindergarten. Und wo kommst du her? Wo kommst du her? Where do I come from? Ich komme vom Kindergarten. Und du? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Oder kommst du vom Kindergarten? From? Is that a word? Okay. Ich komme aus der Schule. Ich komme aus der Schule. Ja. Okay. Sehr gut. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Ich nehme einen Kaffee. Ich trinke Kaffee. Oder Tee? Du möchtest auch Kaffee? Oder möchtest du Tee? Auch Kaffee, ja. Entschuldigung. 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 Ich möchte einen Kaffee. Gibt es? Und? Ah ja. Und ich möchte ein Stück Kuchen. Und du? Ich möchte einen Kaffee. Und ich möchte ein Stück Kuchen. Gibt es Klaik? Ja. Was möchtest du? Ich möchte einen Kaffee und ein, I don't know, ein Apfel. Ein Apfel. Ein Apfel. Sehr gut. Okay. Kannst du das bestellen bei dem Kellner? Kannst du das bestellen bei dem Kellner? Und ein Stück Kuchen bitte? Nein. Dankeschön. Einen Kaffee und einen Apfel, bitte. Einen Kaffee und einen Apfel, bitte. Sehr gut. So. Einen oder einen? Einen Kaffee und einen Apfel, bitte. Okay. Kannst du das noch einmal wiederholen? Einen Kaffee und einen Apfel? Apfel, bitte. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, der Kellner geht. Geht weg. Jetzt kommt er wieder. So, Apfel, bitte. So. Dankeschön. Super. So. Gut. Ich muss jetzt nach Hause. Und du? Wo gehst du hin? Ich gehe... Jetzt zu Hause. Auch. Du gehst auch nach Hause? Auch nach Hause. Ja. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt zahlen. We need to pay. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Können wir die Rechnung haben? Can we have a bill? Können wir die Rechnung haben? Können wir die Rechnung haben? Ja. Sehr gut. Noch einmal bitte. Können wir die Rechnung haben? Können wir die Rechnung haben? Noch einmal bitte. Rechnung. How? Rech... Rechnung. Rechnung? Können wir die Rechnung haben? Können wir die Rechnung haben? Können wir die Rechnung haben? Ja. Sehr gut. Noch ein letztes Mal. Können wir die Rechnung haben? Können wir die Rechnung haben? Ja, sehr gut. So, Rechnung. Ah ja, okay. Das sind 6 Euro für mich und 4 Euro für dich. Sollen wir zusammenzahlen? So wie pay together. Sollen wir zusammenzahlen? 10 Euro. Möchtest du zusammenzahlen oder separat? Sollen wir zusammenzahlen? Sollen wir zusammenzahlen? Sehr gut. Ich frage dich, sollen wir zusammenzahlen oder möchtest du zahlen und ich zahle? Sollen wir zusammenzahlen oder ... I'm asking you. I'm asking you. Yeah, I understood the question. It's hard for me to repeat all that and remember. Du musst jetzt nicht mehrinnern. You don't have to remember anything. It's just a question to you. Okay. Sollen wir zusammenzahlen? I yell at you. Oder möchtest du extra zahlen? I don't know how to answer that. Du kannst sagen, ja, wir können zusammenzahlen. Oder, oder, nein. Ich möchte extra zahlen. Nein, ich möchte extra zahlen. Nein, ich möchte extra zahlen. Ja. Sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut. Okay. Als allerletztes machen wir jetzt ein bisschen mit den Personalpronomen. Es ist echt warm. Ich heißt Lila. Du heißt Ayennete. Er heißt Mata. sie heißt Ken und er ist sehr warm, so ich heißt Mia, du heißt Ayelet, er heißt Matan, sie heißt Ken und es ist sehr warm, okay, ich möchte, ich möchte, dass du dir etwas ausdenkst, Personen oder Namen und es auch einmal probierst, mit ich, du, er und es, du kannst aufschreiben oder nur sprechen, okay, ich heiße Ayelet, gut, du heißt Mia, er heißt, will be the same, er, Autos, denn Ten ist flames, denn für dich, du und er werden Entschuldigung. Ich bin sorry. Ich habe wirklich ein superes Gespräch. Für einen Moment, ich habe für einen Moment gedacht, Ren was auch eine Frau. Es ist eine Frau und ein Mann. Ja, aber Ren... Okay, es ist gut. Ren, wenn ihr das Video gesehen habt, ich bin so sorry. Ich weiß, dass ihr ein Mann ist. Ich weiß es. Gut. Also, ich sage es noch einmal. Aber gut. Gut, ich bin nervös. Also dir, du heißt Ayelet. Er heißt Matan. Sie heißt Kira. Und er ist Kira. Okay? Ja, aber ich habe eine Frage. Du und er oder 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 und wie die er mit dem verboten haben sehen ich habe ich komme ja er kommt Genau, genau, also je nachdem, genau, ich komme, du kommst, er kommt, sie kommt, es kommt, ja? Okay, yeah, okay, I have one question. Aber jetzt noch einmal, now once again, mit ich, du, er, sie, es. Okay, so, hon. Dus heist, freier, er heist, Jen, Z heist, Schirah, und S. What will we say about it? Der heist, heist? S is freier heist. Okay. It's very word. Okay. okay okay gut jetzt habe ich gehört ihr habt kommen dann können wir noch einmal machen mit kommen und mit einem Ort ja ich spreche du hörst und dann sprichst du und ich höre okay okay ich komme nach Hause du kommst nach Hause er kommt nach Hause kommt nach Hause er kommt nach Hause und wir nehmen ein anderes ne ne wir probieren das okay ja okay ich komme nach Hause du kommst nach Hause er kommt nach Hause und sie kommt nach Hause und kommen nach Hause sehr gut so wir machen das ganze weiter mit wir wir und sie okay kannst du das machen mit nach Hause und ich sage nichts nur nur wir wir und sie I'm not sure I remember probiere wir kommen nach Hause sie kommen nach Hause stop 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 wir kommen nach Hause I have no idea I really can't remember probiere es einmal wir kommen nach Hause kommen like with e n ja okay sie kannst du weiter machen ja sie kommen nach Hause ja 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 same okay I'm sorry I didn't hear it did you say wir did you say wir did you say wir can you repeat that can you repeat that can you repeat that no I didn't say er because I have no idea how to say the verb with that okay wir wir noch einmal wir kommen nach Hause kannst du das wiederholen wir kommen nach Hause gut ihr kommt nach Hause kommt okay er kommt nach Hause ja so it's the same as like er und sie ja okay sie kommen nach Hause sie kommen nach Hause okay wir und sie sind gleich mhm okay ja okay okay ich möchte wissen mit wie viel m treibe ich kommen okay write it down mit wie viel ist es ein m oder zwei m oder drei m und und they're always two m ja super okay es sind zwei m und und do you know why no das ist es wenn es zwei m gibt dann ist der vokal davor kurz dann ist der vokal davor kurz immer ah didn't get you if there are if there are two consonants then the vowel in front of it is short ich möchte es dann kurz the vowel like the o ja or like what do you mean by short then dann sage ich nicht o sondern o ok kommen nicht omen sondern kommen ok ja weißt du noch ein weißt du noch ein weißt do you have an example of a different word that you have learnt yeah thank you with two uh two consonants mit zwei consonants they there aren't supposed to be like they're not um they don't have to be the same right like double n they could be different now hey guys good guys doesn't matter like nine or it's not the same five two of the same okay okay uh with the same e yeah um there you can Mhm. Und ein E. Und das E ist kurze. Okay. Ja? Mhm. Okay. Gut. Es ist fast halb. Hier ist es fast halb neun. Bei dir ist es fast halb acht. Und wir sind alle zusammen? Nein, fast neun. Wir sind die gleiche. Wir haben die clock ein paar Tage vor dir. Ah. Wir haben bereits. Ja, das weiß ich. Aber wir haben auch. Aber du sollst die clock ein paar Tage, oder? Ich bin nicht sicher. Okay. Ich gebe dir jetzt Hausaufgaben. Okay. Okay. Ich möchte, dass du alles wiederholst. Mhm. Gut. Ich möchte, dass du die Zahlen anguckst, noch einmal. To look at the numbers. Mhm. Das Alphabet. Ja. Und ich möchte, dass du einen kurzen diesen Text schreibst. To write. Mhm. A small text. Im Kaffee. Mit zwei Mädchen. Okay. Und ich möchte, dass du noch zehn Wörter findest mit dem Apigee. Ich möchte, dass du noch ein paarerto. 10ů. Also, dass du noch zehn Wörter genannt hast. Okay. Sie werden hours Argument baut werden. Also, zehn Wörter 14, oder zwei Mädchen. Um zu drei vielen Bauchern zu archives. Ja? Ja? Okay. Und mein Mädchen, das heißt nrения Kaffee. Ich möchte, dass du auch haskenst. Und da sind die zwei Leute in die Entscheidung mit dem Akte. Ja? Okay. Okay. Okay, I will. Okay. And I'm going to say that in English now, but I ordered the Netzwerk book, and it will be there, hopefully, in the next days, and then it will be a little bit easier. Okay. Yeah, it will be much easier. Exactly, and then you can also tell me on which side you stopped, because now sometimes passed by me trying to see where you are in terms of language, so that was a little bit tricky. But good job, good job. And if you have any questions about the lesson, you can also look at it again, because we recorded it now. Okay, great. Great. Okay, I get it. So I'll see you together with Jen on Wednesday. Okay, have a good flight. Yeah, I'm home already. Okay, bye-bye. Okay, bye. Thank you, everyone. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.